irgendwie muss das doch hier auch willst du hier besser nicht der bahn hat seine wirkung nicht verfehlt wärmer 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 heiß nein doch nur warm ich brauche ich muss die karte irgendwie nehmen wo wir jetzt einfach alles mit der karte aus hier besser komm schon mit dem sirup bin ich besser vorsichtig der klebt schon an meinen fingern da pass ich besser da sind keine das klappt kommt schon das braucht nein nein ich will und mit der nachricht auch nicht hoffnungsschimmer fuchs ist warte mal geht das ich rieche finanziellen handlungsspielraum klar ich bin so reich als ausgebildeter klempner verdient man nicht schlecht du bist gekommen weil der schmerz dich aufzählt wie die anderen absolut du willst zu aufsehen wie die anderen genau dann bist du sicher bereit einen vertrag zu unterzeichnen der mir erlaubt mit einem hab und gut zu spekulieren natürlich dann wirst du ihn bald sehen den großen so klar wo soll ich unterschreiben draußen sind wir warten 20 baumläufer du bist umstellt probieren wir das mal draußen warten 20 baumläufer du bist umstellt ihr könnt mir nichts beweisen ich warte ich glaube dir nicht ich bin noch ganz klar im kopf natürlich klar wo soll ich unterschreiben ausgezeichnet deine klempnerei gehört mir muss ich nicht irgendwo unterschreiben es genügt dein wort das läuft ja wie am schnürchen und jetzt wo ist sarow du bist noch immer noch immer wach bald wirst du schlaf und den großen sarow sehen seine rache ist unser triumph jetzt müssen meine brüder mich respektieren sie müssen rache merkwürdig besser nicht der bann wirkt besser als ich gedacht hätte ich muss der trinkt ja aus einer flasche die er denn öffnet also muss ich die irgendwie ja austauschen aber wie denn ich meine die flasche sehen wir ja hier nirgends ich habe immer noch eine menge geld und so zur verfügung echt schlimm du willst sarow sehen wie die anderen immer noch ja der bann scheint bei ihm langsamer zu wirken das soll mich nicht stören dann wirst du sicher gerne noch einen vertrag unterzeichnen dann wirst du ihn bald sehen den großen schlaf natürlich auf einem beiden kann man nicht stehen ich will noch einen vertrag ich habe deine brüder über dich reden gehört ich habe deine brüder über dich reden gehört ich wusste es diese hinterhältigen warte ich glaube dir nicht ich bin noch ganz klar im kopf okay also müssen wir ihn erst richtig betrunken machen klar auf einem beiden kann man nicht stehen ich will noch einen vertrag ausgezeichnet deine wertpapiere gehören jetzt auch mir und jetzt du bist noch immer natürlich bald wirst du schlau und ich glaube ich habe einen Tee ich habe immer noch echt du willst wie immer noch der bann scheint das so dann wirst du sicher gerne noch dann den natürlich äh der kurs für eicheln und nüsse ist gerade abgestürzt was der kurs für eicheln und nüsse ist gerade abgestürzt das alles hier war für die katz ich mir ist schwindelig meine brüder werden mich auslacht alles wertlos wir werden auffliegen die die wollen bestimmt alle rückabwicklung rette sich wer kann scheint als sei ihm sein schaumbein zu kopf gestiegen hm hm kostüm hm sieht fast aus als hätte er sich gehäutet kann ich das nehmen na gut der komische typ steckt in der rüstung aber wie kriege ich ihn da raus hm hm juckpulver mal sehen ob das klappt das juckt huch das hat spaß gemacht ja ja mensch hm wo ist die eidechse denn jetzt abgeblieben die ist doch hier raus gelaufen ja ja zum glück haben wir etwas womit wir unsichtbare dinge sehen können gras äch ha kann der mich sehn der kann mich sehn verflucht ich habe mir nichts vorzuwerfen ровand gar nichts nein So, kann ich das jetzt? Wie wär's mit etwas frischem, kaltem Wasser? Wasser? Du guter, guter Junge. Wer muss denn ganze Welten um ihren Besitz prellen, um glücklich zu werden? Wenn doch, wenn doch ein Schluck Wasser aus der Hand eines Geschäftspartners wie dir. Nein, eines Freundes. Nicht mehr anabt, als jeder Vertragsabschluss es könnte. Na dann. Zum Wohl. Hoch die Tassen. Nummer zwei. Ich habe die Eidechse eingefangen. Endlich. Wird einem ja ganz schwindelig von dem gerede. So, und Nummer zwei und Fehler. Denn das Kostüm wurde ja schon drinnen weggeworfen. So, das heißt, wir müssen eigentlich gar nichts von außerhalb aushalten. Wir können gleich mit den Sachen, die hier sind, dann halt die fangen. Das heißt, es muss einen Weg geben, dass wir die andere Eidechse hier auch irgendwie überlisten können. Ich habe doch bestimmt nur was übersehen. Ich habe die Eidechse hier. Komm, probieren wir mal nochmal. Jo, alle mal überfringen, jo. Das geht nicht, ne? Das geht nicht, ne? Besser nicht. Warum denn nicht? Na, wirst du? Na, wirst du? Na, kann ich das hier reinkippen? Mit dem Siru bin ich besser fort? Na, wirst du? Warte mal, warte mal, warte mal, ich habe eine Idee gerade. Ich muss dazu... Na, wirst du? Na, so was. Äh, ich rufe mal Plato gerade. Weil der Weg ist recht weit. Ich habe da so eine kleine Idee. Wohei! Wohei! Hallo, Jerry, na? Äh, hierhin bitte. Auf, geh! So, springen wir mal. So, jetzt hierhin. Hier rein. Und hier ist ja noch Milch. Milch ist weiß. Mit dem Sirup bin ich... Den Sirup hätte ich vielleicht vorher auskippen sollen, schlauerweise. Na, toll. Okay, ich bin super schlau. Also, erst was finden, wo ich jetzt auskippen kann. Haben wir denn was zum Auskippen? Wir haben nichts zum Auskippen. Mit dem Sirup bin ich... Kann ich jetzt hier auskippen, meine ich? Mit dem Sirup... Ich dachte, vielleicht kann man mit der Milch die Fah... Äh, die Bälle alle weiß haben. Aber geht anscheinend nicht. Willst du hier? Hm. Er schlägt... Zaro. Menschenskinos. Hm, so. Ah! Nee, Waschbecken sind alle in Häusern drin. Da kommen wir aber überall nicht rein. Das heißt, es muss anders gehen. Irgendwie anders. Und ich glaube, es hat auch was mit der Bäre zu tun. Es muss doch sein. Das muss... Und ist der nicht schon längst eingeschlafen? Können Sie... So, jetzt wo der tanzt hier. Kann ich da... Unglück wird über... Gucken wir mal nochmal... Können... Wollen wir doch mal sehen... Hm... Hm... Interessant. Diese Sache... Besser nicht. So, jetzt hier. Oh, entschuldige, Somse. Komm her, du sachliches, kleines Ding. Hm... Und jetzt? Da muss kein... Besser nicht. Na, wirscht du. Passt und sitzt bombenfest. Na, also. Geht doch. Weiße Kugel. Glück findet man eben doch auf der Straße. Hm... Tanze voll Glück. Denn das Glück ist dir glücklich im Holt. Steht auf der Kugel. So, und jetzt? Bin mir nicht sicher, du, ne? Äh... Oder warte... Endlich... Der pennt, also. So, was ist denn so? Die behalte... Jetzt habe ich sie gerade rausgefischt. Vielleicht kann ich sie dazu benutzen, dass er die Bannflasche doch öffnen will. Hm...